hi leute herzlich willkommen zurück auf meinem kanal schön dass ihr wieder dabei seid und riesen riesen dank für das tolle feedback bezüglich meines krakau videos heute geht es um bosniens hauptstadt nämlich sarajevo eine der schönsten städte auf dem balkan ich habe euch einen kleinen zusammenschnitt erstellt von meinem wochenende in sarajevo und dies quasi für euch vorbereitet ich hoffe das video gefällt euch ich würde mich auch sehr freuen wenn ihr das video leiten würdet und meinen kanal abonnieren würde denn es stehen dieses jahr noch einige coole reisen an und kommentiert ihr auch gerne orte die ich für euch aufnehmen sollte und wir sehen uns beim nächsten video bis dann wir sind vorhin in sarajevo angekommen haben uns ganz schnell fertig gemacht und machen uns jetzt auf den weg zu wasschao shi wir befinden uns gerade in wasschao shi in der eisstadt von sarajevo wo es ganz viele kleine lokale leben gibt wo man traditionell essen kann mit yoghurt das ist mit käse das ist mit kartoffeln das ist mit fleisch guten appetit ja es war extrem lecker ich werde auf jeden fall morgen noch mal eine portion mit kürbis probieren und dann habe ich alle variationen ausprobiert und gleich geben wir noch was süßes essen und dann wird bald noch das fleisch gegessen weil inkorrekt auch mit dem charabi ist wir haben pro person 20 km für die seilbahn gezahlt das ist vielleicht nicht ganz zu wenig aber es lohnt sich total weil hier oben da ist so eine frische luft und so eine Ruhe das ist unglaublich man hat einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt es lohnt sich einfach voll und es ist kalt es schneit es ist sehr kalt tun so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.